Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 10.120 Kilometer nach Osten, 174 Jahre in die Zukunft. Wissensreisende Hallo und willkommen, liebe Mitreisenden. Es ist wieder Freitag, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Geschichte von den Wissensreisenden. Wir treffen uns hier jeden Freitag im Cockpit von unserem Raumzeitschiff, um eine neue Geschichte zu hören. Und wir, das ist natürlich der Jan. Hallo da draußen. Und ich bin der Chris. Und wer unser Format kennt, weiß, dass wenn ich anmoderiere, der Jan derjenige ist, der eine Geschichte dabei hat. Und wie bei den letzten 111 Folgen hoffe ich, dass es auch klappt. Ja, das klappt auch heute wieder. Also da scheint sich ein Muster zu ergeben, wir kriegen das doch relativ gut hin, auch schon seit über 100 Folgen. Also ich habe rein zufällig gerade eine Geschichte parat. Und ich könnte mir vorstellen, das ist eine Geschichte oder ein Thema, das steht wohl auch auf der Liste deiner möglichen Themen für diesen Podcast. Von daher entschuldige ich mich schon im Vorfeld dafür, dass ich dir vielleicht jetzt was von deiner Liste streiche. Wir befinden uns mal wieder in Japan. Hier sind wir ja auch schon für die Geschichte vom Wal und dem Donnervogel gewesen und haben uns auch die Geschichte von Nintendo zusammen angeguckt. Gut, gelandet sind wir diesmal am 1. Oktober 1964 und es ist ein ganz besonderer Tag für Japan. Kannst du dir vorstellen, warum der Tag so besonders für Japan ist? 64? Mhm. Puh. Gibt's... Boah. Ist es das erste Baseballspiel gegen die USA? Nein, es hat im Allerentferntesten was mit Sport zu tun, weil im Jahr 1964 die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Aber dafür ist es am 1. Oktober noch zu früh. Dementsprechend hast du... Wenn du keine Idee hast, dann sag ich's dir. Ja, mach mal. Heute ist der erste Tag, an dem die Bewohner von Tokio und Osaka... Da mit ihrem Shinkansen fahren können. Exakt. Sie können nämlich mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit zwischen ihren beiden Heimatorten verkehren. Denn heute ist der erste Tag, an dem die neue Hauptlinie in Betrieb genommen wird. Neue Hauptlinie, das klingt jetzt nicht wirklich spannend, aber wenn man das Wort nutzt, das auf Japanisch neue Hauptlinie oder neue Stammstrecke heißt, dann haben sicher die meisten von euch da draußen sofort ein Bild im Kopf, denn das Wort ist das, was du eben schon genannt hast, nämlich Shinkansen. Ein Schnellzug. Der tut in Japan seinen Dienst, aber Shinkansen steht für viel, viel mehr als einen Zug. Das Wort steht für ein ganzes Schienennetz, das inzwischen drei der vier Hauptinseln Japans verbindet und täglich viele hunderttausend Japaner transportiert. Allein auf der an diesem Tag eröffneten Strecke Tokaido-Shinkansen fahren heute täglich bis zu vierhunderttausend Menschen in diesen Zügen. Die Strecke geht, wie eben gesagt, von Tokio bis Osaka und hat auf diesem 515 Kilometer langen Weg noch diverse Zwischenstationen zwischen den beiden Endbahnhöfen. Und je nachdem, welchen Shinkansen du benutzt, der auf dieser Tokaido-Strecke fährt, bestimmt sich dadurch auch die Anzahl der Zwischenbahnhöfe. Aber was macht den Shinkansen so besonders im Vergleich zu vielen Schnellzügen, die es ja auch in Europa gibt? Wir haben den TGW in Frankreich, wir haben den ICE in Deutschland. Aber das, was den Shinkansen so besonders macht und auch seine Geschichte, das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Eisenbahnen gibt es in Japan seit 1872. Gerade mal 50 Jahre vorher wurde die erste öffentliche Eisenbahn in England eröffnet. Die Eröffnung der ersten Bahn in Japan war am 12. Oktober 1872 und die Strecke verband Shinbashi, was heute ein Teil von Tokio ist, und die Stadt Yokohama. Die Strecke war knapp 29 Kilometer lang und diente vor allem dem Personen- und Güterverkehr zwischen den beiden Städten. Es gab aber einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den Eisenbahnen in Europa und der Eisenbahn in Japan. Mit der ersten öffentlichen Eisenbahn in Europa wurde die Spurweite festgelegt, die heute noch als Normalspur bekannt ist. Das ist richtig, aber wir haben ja auch zu der Zeit tatsächlich die verschiedenen Spurweiten in Europa gehabt. Dementsprechend gab es eine andere Vorlage, weil insbesondere in industrieller Nutzung ja häufig eben Schmalspuren in verschiedenen Breiten benutzt wurden. Genau richtig. Die Normalspur sind 1435 Millimeter, aber die Japaner haben ihre Eisenbahn auf der sogenannten Kappspur gebaut. Das sind nur 1067 Millimeter. Die Gleise standen also damals in Japan ein gutes Stück enger zusammen als in Europa. Und tun das heute tatsächlich immer noch. Zumindest zum Teil. Die schmalere Spurbreite wurde genutzt, weil es einfach etwas engere Kurven ermöglicht. Und das hat den Bau in Japan vereinfacht, weil einige der frühen Eisenbahnen in Tälern und an Flussufern entlang geführt wurden, um weniger Steigungen bewältigen zu müssen, beziehungsweise um den Bau von Tunneln zu vermeiden, was ja ein solches Projekt sofort sehr teuer macht. Das klingt zwar erstmal ganz logisch, hat aber bei der fortschreitenden Zeit und der Tatsache, dass im Beginn des 20. Jahrhunderts aber auch wirklich alles auf jeden Fall schneller gehen muss, einen ganz gravierenden Nachteil. Denn die geringere Spurbreite führt auch dazu, dass damit die maximale Höchstgeschwindigkeit der Züge, insbesondere in Kurven, begrenzt ist. Bis in die 1950er Jahre gab es in Japan eigentlich keine Züge, die großartig schneller als 100 kmh fahren konnten. Zum Vergleich, im Deutschland der 30er Jahre waren schon Züge mit Geschwindigkeiten von über 150 kmh unterwegs. Anfang der 30er Jahre waren japanische Ingenieure mit daran beteiligt, den Ajiya-Express-Zug in der Manchurai auf die Gleise zu bringen. Dieser fuhr auf einem Normalspurgleichs, also den 1435 mm, und sollte zwar nur ungefähr 130 in der Spitze fahren, aber trotzdem war dies ein Hinweis für Japan, dass man mit Hochgeschwindigkeitszügen schon ganz gut Knotenpunkte in einem Land verbinden konnte. In den späten 30er Jahren nahm in Japan, so wie in vielen anderen Ländern der Welt, der Verkehr insbesondere auf den stark befahrenen Fernstrecken, wie zum Beispiel der Tokaido-Fernstraße, deutlich zu. Natürlich wurde lange geprüft und geforscht, wie man denn auf dem bestehenden Schienennetz Züge mit höherer Geschwindigkeit fahren lassen könnte. Aber das geht halt nun mal nicht oder zumindest nur bis zu einem bestimmten Grad. Es ist halt einfach, sind dir physikalisch Grenzen gesetzt, insbesondere was das Thema Kurven angeht. Ja genau, das Problem hatten wir ja tatsächlich schon mal im Grundsatz in einer unserer Folgen, als ich von dem Neigungszug erzählt habe. Das war ja genau dieselbe Problematik. Das war zwar nicht die Tatsache, dass die Gleise schmaler waren, aber dass die in England halt so enge Kurven gebaut haben, dass du eben auch nicht schneller als meinetwegen 80 fahren konntest. Und die haben es probiert, mit der Neigetechnik zu machen. Nur je weniger Spurbreite du hast, desto schlechter ist das, wenn du den Wagen halt im Schwerpunkt über den Gleisen halt verschiebst. Und von daher fällt das da schon mal aus. Das ist so. Also hat man in Japan beschlossen, dass man neben dem bestehenden Schienennetz ein normalspuriges Netz für Hochgeschwindigkeitszüge bauen wollte. Und diese Züge, die sollten deutlich schneller sein als der chinesische Expresszug und sollten eine Reisezeit von viereinhalb Stunden zwischen Tokio und Osaka ermöglichen. Die Strecke wurde also geplant und es wurde auch sehr schnell mit dem notwendigen Grunderwerb begonnen. Sogar der Bau wurde im Herbst 1940 noch begonnen, aber dann auch bald aufgrund des Krieges erst mal vollkommen auf Eis gelegt. Nach dem Krieg wurde natürlich nicht einfach ein neues Schienennetz gebaut, sondern erst mal das bestehende Netz, was es schon gab, wieder instand gesetzt, weil man das Land halt wieder aufbauen musste. Bis in die 50er Jahre hinein waren noch einige Eisenbahningenieure von der Dampfkraft in Japan überzeugt. Allerdings wurden in dem Jahrzehnt auch langsam aber sicher die Vertreter der Dampflokomotiven immer weniger und die Befürworter der neuen elektrifizierten Eisenbahnen, die wurden immer mehr in Japan. Außerdem bietet dir die Elektrifizierung noch eine weitere Möglichkeit, die du sonst nicht bei der Eisenbahn hattest. Nämlich die Möglichkeit, deinen Zug nicht von einer Lokomotive ziehen oder schieben zu lassen, sondern alle Wagen, die zu dem Zug gehören, mit Antriebseinheiten und Bremsen auszustatten und die dann elektrisch zu betreiben. Und das Ganze nennt man allgemein Triebwagen. Das ist auch etwas, das heute bei allen Hochgeschwindigkeitszügen komplett gleich ist. Es gibt keine Hochgeschwindigkeitszüge, die klassisch von einer Lokomotive gezogen werden, weil du einfach viel, viel größere Probleme mit der Beschleunigung hast und auch mit dem Abbremsen, weil du musst halt deine komplette Traktion über die Lokomotive erzeugen und dann schon eine Menge Gewicht ziehen. Richtig. Und das ist auch eine Technik, die halt schon sehr früh klar wurde, dass sie irgendwann relevant wird. Denn du hast in den USA das Problem gehabt, dass die schon bei langen Güterzügen, schon lange bevor es Hochgeschwindigkeitszüge gab, anfangen mussten, Loks in die Mitte des Bagens zu setzen. Das heißt, du hast wirklich solche Konfigurationen gehabt, dass du vorne eine Dampflok hattest und dann nach 500 Meter Zug kam die nächste Dampflok, die mitten im Zug verbaut war. Einfach, um eben die Traktion zu gewährleisten, da wieder aufgrund der großen Steigungen, die eingebaut waren. Aber auch da hast du wieder eine Technik, die im Grunde aus der Eisenbahngeschichte übernommen wurde und ja auch einfach nur Sinn ergibt. Und die Sache mit der Traktion, also der höheren Traktion bei mehr angetriebenen Achsen, das ist im Endeffekt ganz leicht vorstellbar. Schaut euch die Autos an, die einen Front- oder Heckabentrieb haben im Winter, wenn es draußen richtig glatt ist und dagegen ein Auto, das Allradantrieb hat. Der Wagen mit Allradantrieb wird immer besser von der Stelle kommen und besser zum Stehen kommen, als das Fahrzeug mit nur einer angetriebenen Achse. Bei Japans bergigem Terrain kannst du mit Triebwagen auch etwas höhere Steigungen in deine Strecken einplanen, weil mehr Traktion. Und das hilft Japan dann auch, die Strecken weniger kurvig zu bauen. So konnte dann doch tatsächlich auch auf den bestehenden Strecken noch ein bisschen was an Geschwindigkeit rausgeholt werden und es wurden in Japan noch einige entsprechende Triebwagenzüge in dieser Zeit hergestellt, die auch erstmal ein wenig die Fernstraßen entlasteten, die auch in den 50ern nach dem Krieg dann langsam wieder angefangen haben, immer voller zu werden. Der 1958 für die Expressverbindung Tokio-Osaka in Dienst gestellte Triebwagen der Baureihe 20 stellte 1959 mit 163 km pro Stunde Geschwindigkeitsrekord für Kappspurzüge auf. Weil wirklich großartig schneller geht es nicht, wenn du noch halbwegs sicher unterwegs sein möchtest. Ende der 50er ist es dann aber wieder so weit, dass die Tokaido-Strecke, die zwar inzwischen vollständig elektrifiziert ist und mit schnellen Triebwagenzügen befahren wird, auch wieder überfüllt ist. Und sie genügt den Ansprüchen jetzt schon wieder nicht mehr. Nicht schnell genug, keine ausreichende Frequenz, was ja auch wiederum was mit der Geschwindigkeit zu tun hat. Aber im ganzen Land nimmt auch der Auto- und Flugverkehr immer mehr zu. Und diese beiden Transportarten werden wie in vielen anderen Ländern auch so langsam von immer mehr Leuten bevorzugt. Ja, ist ja auch viel cooler als dieses alte Ding auf Schienen, was es ja schon so ewig gibt. Ist überhaupt nicht modern und ist ja auch total unflexibel. Und naja, so schnell ist die Bahn in Japan ja auch nicht. Ja, und das ist tatsächlich auch der Grund, warum die USA bis heute so fürchterliche Fernverkehrszüge oder Fernverkehrszug-Anbindung haben und keine Hochgeschwindigkeitszüge haben. Was ja eigentlich total unlogisch ist, weil die haben ein riesiges Land mit großen Entfernungen zwischen den Stationen. Im Grunde perfekt für Hochgeschwindigkeitszüge. Aber die haben genau zu dem Zeitpunkt, als Japan beschlossen hat, hey, vielleicht sollten wir bessere Bahnen bauen, beschlossen, hey, wieso haben die Autos? Das war genau das. Sie haben wirklich Japan öffentlich ausgelacht bei den ersten Plänen zu dem Hochgeschwindigkeitszug, weil sie gesagt haben, wieso? Ist das die Zeit des Autos? Baut doch Straßen. Ja, aber auch da hast du halt bei dem Straßenbau. Das ist in Japan halt auch wiederum etwas schwieriger als in großen Teilen der USA. Weißt du, so im mittleren Westen, da kannst du eine Menge Straßen bauen. Aber in Japan mit auch viel, viel Berg und der langgezogenen Geografie insgesamt von Japan ist es halt echt ein Problem. Aber zwei Männer, die haben die Idee, dass die Sache mit den Flugzeugen und den Autos überhaupt nicht gut ist. Und diese zwei Männer gelten als die Väter des Shinkansen. Weil die haben wirklich eine ganz andere Idee als Autos oder Flugzeuge für einen schnellen und komfortablen Massentransport in Japan. Diese zwei Männer sind Hideo Shima, der leitende Ingenieur des Shinkansen-Projekts, und Shinji Sogo, der Ende der 50er Jahre der Präsident der japanischen Staatsbahn ist. Er ist es auch, der die Projektkosten gegenüber der Regierung so niedrig wie nur irgend möglich ansetzt, um von der Politik auf jeden Fall die Mittel bewilligt zu kriegen. Und er schafft das auch. Und 1958 wird die Freigabe für das Projekt erteilt. Und der Plan, den sie so haben, ist wirklich nicht gerade klein. Es soll für die Strecke Tokio-Osaka mit einer Länge von 515 Kilometern komplett neue Gleise auf Normalspurmaß gelegt werden. Diese Züge sollen also ein ganz eigenes und neues Schienennetz bekommen, während der Nah- und auch der Güterverkehr weiter auf dem Kappspurnetz bleibt. Grundsätzlich haben die zwei auch überhaupt keinerlei Ideen oder Pläne dazu, irgendwie die Interkompatibilität mit dem bisherigen Netz aufrecht zu oder überhaupt herzustellen. Weil sie einfach sagen, nein, wir bauen hier ein neues Netz. Das ist was ganz anderes als das, was wir bisher haben. Der Zug soll eine Geschwindigkeit von 200 kmh erreichen können und die auch möglichst lange zwischen den Bahnhöfen halten. Die Fahrt soll aber nicht nur schnell, sondern auch extrem sicher für die Fahrgäste sein und sie soll auch wahnsinnig angenehm und komfortabel und ruhig sein. Wer mit diesem neuen japanischen Hochgeschwindigkeitszug fährt, soll nicht enttäuscht werden. Ab 1959 gehen die Bauarbeiten los und sehr, sehr gut ist, dass man halt schon vor dem Krieg das meiste Land für ja den ersten Plan eines Hochgeschwindigkeitszuges gekauft hat und dementsprechend kann man an vielen Stellen sehr, sehr schnell mit dem Bau anfangen und die bisherigen Bauten, wie zum Beispiel Tunnel oder Brücken, seien sie komplett fertiggestellt oder nur angefangen, kann man halt einfach weiter benutzen. Und jetzt muss ich wirklich mal sagen, da ist so einiges an Hirnschmalz in die Strecke selber und auch in die späteren Züge gegangen. Die Japaner haben sich hier offensichtlich in den Kopf gesetzt, wir machen das jetzt beim ersten Mal richtig. Punkt. Wir machen kein Provisorium, wir machen nichts, wo wir am Ende sagen, das verbessern wir in den nächsten Jahren nochmal, wir machen das jetzt einmal und wir machen das richtig. Es geht schon damit los, dass besonders lange Gleisstücke genutzt werden und alle Gleisstücke untereinander verschweißt werden, damit man möglichst dem altbekannten klackernden Geräusch entgegenwirken kann bei den Gleisübergängen und der Zug dann auch schöner auf den Schienen dahin gleitet. Und das ist unglaublich zukunftsweisend, weil einfach die europäischen Bahngesellschaften quasi bis zum Ende des letzten Jahrtausends gebraucht haben, um von Abständen zu einer passenden Verschweißung, die sie nicht verzieht, um überzugehen. Außerdem haben die Japaner für sich dann ermittelt, auch bei dem Material, was sie benutzt haben, wir können damit die Strecke grundsätzlich oder wir können Schwachstellen in dieser Strecke minimieren. Also gesagt, getan. Der Zug soll ja richtig hohe Geschwindigkeiten erreichen, aber er muss halt auf seiner Strecke auch das ein oder andere Mal durch eine Kurve fahren. Und wie stellt man das an, dass man mit einem Zug möglichst schnell durch eine Kurve fahren kann, ohne, dass der Zug einfach aus den Schienen fällt. So wie auch auf der Straße. Ich neige die Straße. Exakt. Also die Schiene. Die Formel 1 Fans kennen das aus der Strecke in Sandford in Holland. Da sieht man sehr, sehr schön, was nicht nur bei Rennwagen, sondern auch bei Zügen ganz hervorragend funktioniert. Man baut eine Steilkurve. Das bedeutet, dass das äußere Gleis in der Kurve höher liegt als das Gleis im Kurveninneren. Der Zug legt sich damit leicht in die Kurve und kann den Fliehkräften besser widerstehen und darum mit höherer Geschwindigkeit durch die Kurve kommen. Ganz wundervoll, auch bei einem Motorrad zu sehen. Ja und gleichzeitig dadurch, dass das wirklich berechnet, vernünftig passt, hast du im Inneren sogar ein angenehmeres Gefühl, weil du eben nicht zur Seite gezogen wirst in deinem Sitz, sondern einfach ganz ruhig sitzen bleibst, weil der Schwerpunkt in die richtige Richtung zeigt. Aber die Kurve in den Gleisen steiler zu machen, hat auch seine Nachteile und wieder Grenzen. Denn je steiler du die Kurve in den Gleisen anlegst, desto schneller muss der Zug da auch durchfahren. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, du musst aus irgendeinem Grund eine Notbremsung machen. Zum Beispiel, wenn Godzilla gerade mal wieder angreift oder was sonst noch alles fürchterliches in Japan passieren kann. Wenn dein Zug dann in einer Kurve zum Stehen kommt und die ist zu stark geneigt, dann fällt er um. Exakt, dann fällt er einfach um. Heißt also, du kannst deine Kurve maximal so steil bauen, wie es möglich ist, den Zug sicher darin stehen zu lassen. Das ist aber für die Geschwindigkeit, die die Japaner haben wollten, zu gering. Also haben die Ingenieure gesagt, was können wir denn jetzt machen? Und das ist das, was du eben auch schon angesprochen hast. Neigetechnik. Richtig. Zusätzlich zu den Steilkurven entwickeln sie auch ein System, das es dem Zug selber ermöglicht, sich in der Kurve nochmal selber zu neigen, indem eine Seite nach oben gedrückt wird und die andere Seite runtergelassen wird. Also eine leichte Steilkurve in das Gleis legen und dem Zug dann nochmal zusätzlich die Möglichkeit geben, sich selber in die Kurve zu legen. Und was daran total spannend ist, für den Fall der Notbremsung, wo du dann in der Steilkurve zum Stehen kommst, kannst du dann dein System umgekehrt benutzen, dass der Zug selbst in der Steilkurve wieder gerade steht und der Fahrgast im Inneren auf keinen Fall seinen Kaffee oder seinen Tee verschüttet. Noch eine andere Sache ist bei der Planung nicht unter den Tisch gefallen und damit kommen wir dann gleich zum nächsten interessanten Punkt der eigentlichen Strecke und wie sie geplant wurde. Es gibt nämlich auf den Schinkansen Hauptstrecken eine Sache nicht, die wir vom Bahnfahren her auf jeden Fall kennen. Grundlegend die Tatsache, dass du keinen Gegenverkehr haben kannst oder nicht irgendwelche Züge umfahren musst, weil halt eben nur Schinkansen auf der Schinkansen-Strecke fahren und nicht noch der ganze Güterverkehr. Das ist eine Sache, aber es geht um etwas, wenn du in Deutschland mit der Bahn fährst, dann wirst du etwas an etwas vorbeifahren, durch etwas durchfahren. Du wirst etwas passieren, das es auf den Schinkansen-Strecken nicht gibt. Das ist ein Bahnübergang. Ha, natürlich. Es gibt keine Bahnübergänge. Ah. Es gibt an diesen Strecken keine auf gleicher Höhe existierenden Kreuzungen zwischen Straßen und Gleisen. Entweder fährt der Zug über den Autos oder die Autos fahren über dem Zug. Oh Mann, wie sinnvoll das ist, wird jeder von euch wissen, der irgendwie passionierter Spieler von SimCity oder City Skyline oder ähnliches ist, weil es ist das Einzige, wie du eine Bahn vernünftig legen kannst. Es ist so ein Blödsinn, diese beiden Dinge auf einer Ebene zu haben. Das haben die sich halt von vornherein überlegt und haben gesagt, nein, das sind zwei Verkehrsmittel, die grundsätzlich, eins stört immer das andere. Irgendwie. Natürlich und auch völlig. Also mach das doch einfach, dass das getrennt voneinander ist. Japan eignet sich so oder so durch seine langgezogene Form grundsätzlich wirklich für den Hochgeschwindigkeitsschienen, nennt es. Und weil man das Netz wirklich von null an planen konnte, sind eben viele Dinge bedacht worden, die du nicht bedenken kannst, wenn dein Schnellzug auf Gleisen fährt, die möglicherweise schon vor 100 Jahren wohin gelegt wurden. Obwohl das Projekt schnell einiges mehr kostet als veranschlagt. Auch die Sache mit der Vermeidung von Bahnübergängen ist ja nicht ganz günstig. Schafft es Shinji Sogo, das Projekt davor zu schützen, dass von der Regierung der Stecker gezogen wird. Und das macht er sehr, sehr clever. Er kriegt es nämlich hin, von der Weltbank einen Kredit über 80 Millionen Dollar für sein Hochgeschwindigkeitszug-Projekt zu kriegen. Allerdings mit der sehr, sehr strengen Auflage verbunden, dass die Strecke bis Ende 1964 zum Start der Olympischen Spiele eröffnet werden muss. So ein Kredit ist dann schon eine echt gute Absicherung für so ein Projekt. Denn einerseits will man sich ja der Welt bei Olympia von der besten und auch in Japan damals von der modernsten Seite zeigen. Außerdem überlege ich mal, was das für einen wirklichen Gesichtsverlust bedeutet hätte, wenn man dann den Stecker gezogen hätte. Das hätte vielleicht in einem anderen Land geschehen können. Aber nicht in Japan. Dementsprechend, der Herr Sogo war schon relativ sicher, jetzt ziehen die das durch. Und trotzdem geht man bei diesem Projekt jetzt nicht den Weg, einfach zu sagen, ey, wir bauen das jetzt mit billigem Kram zu Ende, damit das irgendwie halt fertig wird. Sondern man baut das zu Ende weiterhin mit dem Ansatz, wir bringen den Personentransport in Japan auf ein komplett neues Level. Der Triebwagenzug, der für die neue Strecke in Japan entwickelt wird. Denn wir brauchen ja nicht nur die Schienenstrecke, sondern wir brauchen ja auch einen Zug. Das ist die Baureihe 0. Und mit der Baureihe 0 fängt der Siegeszug der Shinkansen an. Ich sage jetzt bewusst die Mehrzahl, also der Siegeszug der Shinkansen, denn es gibt später ja noch ganz unterschiedlich benannte Strecken und auch ganz unterschiedliche Zugmodelle, die aber trotzdem alle unter dem Begriff Shinkansen zusammengefasst werden. Die Baureihe 0, die erst später zur Unterscheidung von anderen Baureihen überhaupt erst diese Bezeichnung kriegt, soll im Jahr 1964 mit der Eröffnung der ersten Strecke den Dienst aufnehmen. In einer Höchstgeschwindigkeit von 220 kmh soll diese Bahn zur Zeit ihrer Einführung die schnellste Eisenbahn der Welt sein und somit dann auch zum Symbol des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs Japans werden. Jede Achse soll von einem Wellenstrommotor von 185 kW Leistung angetrieben werden und ein Zug zu 14 Wagen soll über 1300 Sitzplätze bieten. Im Jahr 1962 gehen die ersten Testfahrten auf einem dafür fertiggestellten Streckenabschnitt los. Dafür ist es eigentlich ganz schön, dass der neue Zug auf Normalspur läuft, denn das bedeutet, dass das komplette bestehende Netzwerk einfach weiterlaufen kann und man diese Tests machen kann und man diese Strecke halt vollkommen frei von irgendeiner Störung für den bestehenden Betrieb bauen kann. Dieses erste Teilstück oder dieses Teilstück, auf dem sie die Tests gemacht haben in der Präfektur Kanagawa, war ganz, ganz früh fertig, weil man da auch eben durch schon das gekaufte Land ultra früh mit den Bauarbeiten anfangen konnte. Und die Teststrecke wurde später auch Teil der eigentlichen Bahnstrecke zwischen Tokio und Osaka. Ja, vernünftig. Absolut. Als im Jahr 1963 und ohne einen Weg zurück klar wird, dass das Projekt am Ende des Tages wohl ein gutes Stück mehr als doppelt so viel kosten wird wie veranschlagt, muss Shinji Sogo leider seinen Hut als Präsident der Staatsbahn nehmen. Aber das Projekt ist halt nicht aufzuhalten und wie schon am Anfang gesagt, geht am 1. Oktober 1964 der Betrieb des Tokaido-Shinkansen los. Da es noch keine Erfahrung mit dem neuen Netz in Betrieb gibt, werden die Züge auch zunächst nur mit 200 kmh Höchstgeschwindigkeit ins Rennen geschickt. Aber diese Geschwindigkeit kann schnell auf die geplante von 220 erhöht werden. Einige von euch kennen vielleicht Bilder vom, ich sag jetzt mal so ganz allgemein vom Shinkansen und denken jetzt vielleicht an schon fast futuristisch aussehende Züge. Aber der erste Shinkansen aus dem Jahr 1964 sieht aus heutiger Sicht schon fast langweilig aus. Ja, das ist im Grunde der Zug, der als Bullet Train bekannt wurde, weil er wirklich irgendwo wie eine Patrone aussieht. Der ist halt einfach rund gelutscht und dafür damals stromlinienförmig. Heutzutage ist es so normal, dass es einfach alt aussieht. Heute würde man den Zug tatsächlich nicht mehr als stromlinienförmig bezeichnen. Also der Zug ist weiß und hat einen schönen blauen Streifen auf beiden Seiten, aber eben mehr als diese konisch zusammenlaufende Nase ist da nichts Spektakuläres zu sehen, obwohl das nach den absolut modernsten Grundsätzen der Aerodynamik gebaut worden ist, die es halt 1964 gibt. Und der Zug zeigt der Welt bei den Olympischen Spielen 1964, dass Japan eindeutig in der ganz modernen Welt mitspielt. Und er ist in Japan auch ein echter Erfolg. Oder naja, sagen wir mal, er ist beliebt. Denn für die Staatsbahn ist der Schinkansen erstmal kein direkter Erfolg. Das liegt aber gar nicht am Schinkansen selber, sondern an dem, was nach der Eröffnung folgt. Aufgrund des schnellen Anstiegs des Verkehrsaufkommens im Schinkansen muss die japanische Staatsbahn in den Jahren nach 1964 eine Menge Geld in die Hand nehmen, um in den zunehmenden Pendelverkehr in städtischen Ballungsräumen zu investieren, weil irgendwo müssen die ganzen Passagiere für den Schinkansen ja auch herkommen. Und die kommen halt vielleicht nicht unbedingt aus der Nachbarschaft des Bahnhofs. Und das ist dann auch einer der Gründe dafür, dass die Staatsbahn nach 1964 ins Defizit rutscht. Das wird auch in den nächsten Jahren erstmal nur noch ein Stückchen schlimmer und zunächst wird der Zug damit zu einem echten wirtschaftlichen Problem. Aber nach dem rasanten Investitionsdruck lässt dieser Investitionsdruck auch irgendwann ein wenig nach, weil du dann eben die Infrastruktur gebaut hast, die du benötigst, um auch den Pendelverkehr auszulasten und danach wird der Schinkansen tatsächlich zu einer der Haupteinnahmequellen der Staatsbahn. Und damit ist auch nun endgültig klar, die Japaner nehmen das Konzept des Schnellzuges ganz offensichtlich voll an. Und es lässt sich auch noch Geld damit verdienen. Und das bedeutet, dass auch schon bald über die Erweiterung des Schinkansen Netzwerks nachgedacht wird und die Bauarbeiten zur Westerweiterung der bereits bestehenden Schinkansen Linie wird aufgenommen. Dieser zweite Abschnitt, der weitere 554 Kilometer Strecke bringt, geht von Osaka nach Hagata und überschreitet damit das Ende der größten japanischen Insel Honshu auf die noch weiter südwestlich liegende Insel Kyushu. Der erste Teilabschnitt von Osaka bis Okayama wird 1971 eröffnet und der letzte Teil bis Hakata dann im Jahr 1975. Das ist der Sanyo Schinkansen, denn die beiden Abschnitte, also Tokaido und Sanyo, liegen zwar aneinander, werden aber komplett separat betrieben. Aber 1971 geht auch die Erweiterung nach Norden los. Und zwar mit dem Bau des Tohoku Schinkansen von Tokio bis ganz zur Nordspitze von Honshu nach Aomori und dem Jouetsu Schinkansen, der von Tokio auf der Ostseite der Insel rüber auf die Westseite nach Nigata geht. 1974 beginnt man auch den Bau des Narita Schinkansen. Der soll von Tokio zum Flughafen Narita gehen, aber das Projekt lebt tatsächlich nicht lange, weil es durch die Proteste von Anwohnern gestoppt wird. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Kauf entsprechender Grundstücke verzögert sich der Ausbau gehen Norden und nach Osten auf die andere Seite von Honshu deutlich und die neuen Strecken werden erst 1982 eröffnet. Wir sind jetzt übrigens schon bei gut über 1000 Kilometern Schienennetz, Hochgeschwindigkeitszüge und das ging doch relativ zügig, muss man sagen. Die Tohoku-Strecke gehen Norden ist dabei die längste einzelne Schinkansen-Linie und auch die, die heute mit der höchsten Geschwindigkeit von über 300 kmh erfahren wird. An dieser Strecke ist auch interessant, dass die komplett auf einem Viadukt in Tokio einfährt. Also das Ding fährt vollständig überirdisch in Tokio ein und da haben natürlich die Anwohner, wo das dann vorbeigeht, auch gesagt, ey, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Um den Bewohnern von Tokio diese Linie schmackhaft zu machen und auch um die neuen Bauten möglichst gut und effizient zu nutzen, geht man dann einfach hin und an die Seite dieses Viadukts hängt man noch ein Teil dran und auf dem fährt ein Nahverkehrsschuttle. Und so haben sie das hingekriegt, dass sie gesagt haben, ja, das ist auch jetzt für unseren Nahverkehr da und das brauchen wir Anwohner. Dann macht's beides. Damit bestehen Mitte der 80er Jahre vier liegt der Marktanteil des Tokaido Shinkansen beim Personentransport zwischen Osaka und Tokio damals bei 85%. Also 85% der Leute, die irgendwie zwischen Tokio und Osaka Ende der 80er Jahre verkehren, fahren mit diesem Zug. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Vor allem wirklich als Marktanteil ist das unfassbar. Absolut. Auf der anderen Seite, du hast ja schon häufig angesprochen, was so die Probleme in Japan sind. Du kannst eben nicht so einfach mal irgendwo Straßen lang bauen, weil du ständig das Bergproblem hast. Japan ist vergleichbar mit der Schweiz, nur dass es bis zum Meer runtergeht. Du bist ja irgendwie einfach im Hochgebirge die ganze Zeit, sobald du von der Küste weggehst. Und das heißt natürlich auch, du kannst fast nirgendwo Verkehrsflughäfen bauen, größere Flughäfen bauen, eigentlich auch gar keine Flughäfen bauen, wie du es in Europa gemacht hättest. Das heißt, diese Sache mit Inlandsflügen in Japan war einfach nie ein Ding. Es war einfach viel schlauer, mit Hochgeschwindigkeitszügen zu arbeiten und weil man in einen Zug so wundervoll einfach und schnell einsteigen kann, ist es auch einfach immer schneller. Das heißt, wenn du eben wirklich von Nordjapan nach Südjapan fahren würdest und du hast diese hohe Geschwindigkeit dieses Zuges, das kannst du mit dem Flugzeug nicht bringen. Dafür sind die Strecke wieder zu kurz. Also ja, es ergibt absolut nur Sinn und wir reden hier ja auch einfach von irgendwo dem vielleicht pünktlichsten Verkehrsmittel der Welt. Da wirst du sicherlich nicht drauf kommen. Auf jeden Fall, natürlich. Ja, du hast all diese Bauprobleme und natürlich ist das Flugzeug an sich in seiner Geschwindigkeit schneller. Aber das ganze Thema Check-in-Zeiten aus dem Flughafen rauszukommen, da wird oder da sparst du bei dem Zug so unglaublich viel Zeit, weil du ziehst dir halt ein Ticket und steigst ein. Ist damals beim Flugzeug nicht so und das ist auch heute beim Flugzeug nicht so, weil natürlich einfach auch du bei einem Flugzeug wirklich sicherheitstechnisch und bei der Überprüfung von Leuten, das kann ich auch schon ein Stück weit nachvollziehen, einfach ein anderes Augenmerk haben musst. Alleine schon, weil ein Flugzeug von dem Zeitpunkt, wo es da wegfährt, wo du eingestiegen bist, zu dem Zeitpunkt, wo es quasi an seiner Strecke ankommt, ja auch nochmal, wenn alles gut läuft, zehn Minuten braucht. Ja, das stimmt. Aber zurück zum Zug. Ich will euch jetzt nicht unbedingt die einzelnen Teilstrecken des Schinkansen vorstellen. Dazu gibt es total gute Übersichtskarten im Netz, wo man auch sehen kann, was im Moment auch noch in Planung ist oder gerade gebaut wird, denn die Erweiterung dieses Netzes, die läuft jetzt gerade. Weiterhin sagt Japan, das ist unser Verkehrsmittel. Wenn man sich die aktuellen Passagierzahlen anguckt, muss man auch sagen, ja, das ist halt für Japan das Ding. Aber Ende der 80er Jahre passiert dann noch was, das vielleicht sogar wirtschaftlich für Japan einfach notwendig war. Denn die Finanzen der Staatsbahn, so durch die zunehmende Last der Baukosten, die erreichen langsam richtig katastrophale Zustände. Und 1987 wird unter dem Kabinett von Yasuhiro Nakasone die Aufspaltung und Privatisierung der Staatsbahn energisch vorangetrieben und umgesetzt. Die Staatsbahn wird in mehrere einzelne Gesellschaften aufgeteilt. Von Nord nach Süd auf den Hauptinseln in Japan sind das Japan Rail Hokkaido. Und so wie es der Name schon sagt, ist diese Gesellschaft für den Bahnverkehr auf Hokkaido im Norden zuständig. Ich dachte schon für den Transport von Kürbissen. Nicht ganz, aber wahrscheinlich wird auch der ein oder andere Kürbis da schon mal mitgefahren sein. Japan Rail East, die den nördlichen Teil von Honshu betreiben und dabei in ihrer Verantwortung den Tohoku Shinkansen nach Norden und den Juezu Shinkansen von Ost nach West über die Insel in ihrer Verantwortung haben. Dann kommt Japan Rail Central. Die sitzen halt in der Mitte von Honshu, da ist auch Tokio drin und die verantworten den Tokaido Shinkansen und eben auch den großen Mittelpunkt des Netzwerks, nämlich den Bahnhof von Tokio. Als nächstes kommt dann Japan Rail West, die Betreiber des Sanyo Shinkansen. Südlich davon liegt Japan Rail Shikoku. Die betreiben die Bahn auf der gleichnamigen Insel, aber da gibt es keine Shinkansen. Und als letztes ist da noch Japan Rail Kyushu, die auf der gleichnamigen Insel ihr Bahnwesen betreiben und die 2001 und 2004 in zwei Abschnitten den Kyushu Shinkansen von Hakata nach Kagoshima eröffnen. Und das ist am Shinkansen Netzwerk tatsächlich auch wieder total spannend, weil du komplett voneinander getrennte Gesellschaften hast, die in ihren Unternehmen nicht unbedingt die gleichen Prioritäten setzen, hundertprozentig, die die Unternehmen auf unterschiedliche Weise führen und trotzdem kommt am Ende ein insgesamt unfassbar guter Eisenbahn Service heraus. Es will natürlich auch keine der Einzelgesellschaften, die an den jeweiligen Linien beteiligt sind, irgendwie diejenige sein, die dafür sorgt, dass der gute Service unterbrochen wird. Was aber auf jeden Fall auch noch sehr, sehr interessant ist, sind die verschiedenen Typen des Shinkansen, die auf den einzelnen Linien unterwegs sind und die von den Ingenieuren teils genau für die Anforderungen ihrer Teilstrecke gebaut worden sind und darum besondere Eigenschaften haben. Ja, was ja wieder einfach so unik ist, so einzigartig ist, weil dadurch, dass du diese Ausspaltung hast von Nord nach Süd, müssen ja diese einzelnen Bahngesellschaften sich um ihre Linie kümmern und natürlich gehst du dann auch hin und spezifizierst deinen Zug für das, was du brauchst, weiter und das würdest du niemals mit einer zentralisierten Gesellschaft haben. Einmal das und dadurch, dass du eben deinen Teilbetrieb hast, wenn du jetzt nicht sagst, ich brauche einen komplett neuen Zug, sondern ich brauche etwas, wo vielleicht drei, vier Dinge modifiziert sind, weil die für mich relevant sind, dann ist es auch nicht so, dass es auf einmal die Kosten komplett ins Unermessliche treibt, weil diese kleinen Weiterentwicklungen, die kannst du tatsächlich machen und ich sag mal verschiedene Farben, das ist auch dann kein Problem. Gestartet sind wir ja mit der Baureihe 0, die am Ende mit einer Höchstgeschwindigkeit von 220 kmh aufwarten kann und die schon früh nach den ersten Einsätzen auf 16 Wagen verlängert wird. Das sind dann Züge mit einer knappen Länge von circa 400 Metern. Und auf der Strecke Sanyo Shinkansen wird dieser Zug von 1972 bis 2008 eingesetzt. Die Baureihe 100, die ab 1985 gebaut wird, ersetzt ab diesem Jahr nach und nach die Baureihe 0 auf der Strecke Richtung Südwesten von Tokio ausgesehen. Die Baureihe 100 ist auch schon 10 kmh schneller und mit 230 in der Spitze unterwegs. Seltsamerweise kommt zeitlich die Baureihe 200 vor der Baureihe 100, denn die fährt schon ab 1980 von Tokio aus auf dem Tohoku Shinkansen nach Norden. Aber die 200 ist auch schneller als die 100, weil hier werden schon 240 kmh angegeben. Da die Strecke gegen Norden auch oft recht heftig im Schneefall ausgesetzt ist, werden die Züge für die Linie nach Norden dahingehend auch modifiziert. Gerade im Norden sind viele der Gleise beheizbar, damit der Winter keinen Strich durch den genau im Detail geplanten Fahrplan macht. Auch die Züge sind teilweise verstärkt, um gegen aufgewirbeltes Eis vernünftig gewappnet zu sein, damit dann nichts passiert. Es werden also ziemlich schnell neue Modelle des Shinkansen gebaut, die natürlich nicht sofort alle alten Modelle ersetzen, weil so ein Zug ist viel zu teuer, um den einfach wieder komplett vom Gleis zu holen, wenn man eine Innovation gemacht hat. Trotzdem, auch wenn es klar ist, wir müssen diesen Zug jetzt mal 15 Jahre einsetzen, wird dauerhaft weiter daran gearbeitet. Es gibt da nie Stillstand, sondern diese Züge sind immer konstant in der Entwicklung, um sie schneller zu machen, um sie bequemer zu machen. Irgendetwas kann immer verbessert werden. Ich gehe jetzt auch genauso, wie ich nicht alle einzelnen Linien durchgegangen bin, gehe ich auch jetzt nicht durch jedes Modell, aber ein paar sind schon echt interessant. Im Jahr 1996 kommt mit der Baureihe 500 einer der leistungsstärksten Shinkansen auf die Strecke. Mit 17,6 Megawatt Leistung schafft diese Baureihe es das erste Mal die 300 kmh zu knacken. Heute werden diese Modelle nicht mehr auf den Hauptlinien eingesetzt, darum sind die letzten Züge der Baureihe 500 die heute noch unterwegs sind auch mit maximal 275 kmh unterwegs. Und diese Baureihe die ist schon optisch auch sehr sehr spannend, weil komplett durchgesetzt hat sich über die Zeit das Design aber nicht, weil auch die Erkenntnisse der Aerodynamik entwickeln sich natürlich ständig weiter. 2005 kommt das heute am häufigsten eingesetzte Shinkansen Modell heraus, zumindest wenn man die Tokaido Hauptlinie betrachtet. Das ist die Baureihe N700, die auf jeden Fall wieder vom wirklichen Nadel Design, was einfach nur spitz zuläuft, weggeht, aber trotz seiner breiten Nase diesen Zug gar nicht verbal richtig beschreiben. Ich habe das Gefühl, das sieht aus wie ein schlafender Drache. Irgendwo du hast diese unglaublich platt zulaufende Schnauze, die so wahnsinnig lang ist. Ich habe auch das Gefühl, wenn du das mit einem europäischen Zug vergleichst, da wo der Schinkansen die Nase hat und wo der Zugführer sitzt, das ist schon so viel Abstand wie eine Standardtriebwagen in Europa. Sie haben einfach sehr viel davor gebaut, weil es keinen Grund gibt, den Platz nicht zu nutzen, wenn es aerodynamisch vorteilhaft ist. Und dadurch kriegst du einen Zug, der komplett exotisch aussieht und vollständig anders als jeglicher Hochgeschwindigkeitszug, den du in Europa sehen wirst. Ja. Die Nase, die hat auch einen ganz bestimmten Effekt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Von dieser Baureihe, die wieder wie ganz am Anfang weiß mit einem blauen Streifen an der Seite ist, gibt es heute tatsächlich die meisten, nämlich 168 an der Zahl, die täglich im Verkehr sind. Und auch dieser Zug ist selbstverständlich in der Lage, die 300 kmh zu knacken. Er ist vor allen Dingen nicht nur in der Lage, er tut es. Ja, er tut es. Sehr crazy, mit einer wirklich langgezogenen Nase und also noch länger gezogen nach vorne als der N700 und in mintgrüner Farbe kommt seit 2009 die Baureihe E5 daher. Und diese Zugnase ist speziell entwickelt für die Tohoku-Linie. Und zwar aus einem Grund, denn diese Linie hat die meisten Tunnel. Und diese Nasenform des Zuges soll ganz speziell dem Tunnelknall entgegenwirken. Die Nasenform N700 soll das ebenfalls tun, aber der Effekt soll beim E5 noch mal größer sein. Ja, und ich finde da eine Sache ganz enorm. Das ist das Ding, wie großartig praktisch japanische Eisenbahnplaner denken und wie anders wir das hier in Europa tun. Oder gerade insbesondere in diesem Land, wo wir ja den bescheuertsten Hochgeschwindigkeitszug der Welt betreiben, den ICE. Denn wir haben die Taktik, bau die NICE so wie du immer gebaut hast. Ja, ist mal runder geworden vorne, aber sieht immer noch ziemlich konventionell aus. Und wir haben dem Tunnelknall entgegengesetzt, dass wir die Tunnel jetzt anders bauen. Bei uns ist der Tunneleingang und Ausgang jetzt für Millionen Euro besonders gestaltet, damit dieser Tunnelknall abgeleitet wird und verändert wird und die Luftkompression weniger ist. Anstatt vorne eine schöne lange Nase dran zu bauen und den Zug einfach mal so funktionieren zu lassen, wie der Zug funktionieren muss für das bestehende Schienennetz. So haben die Japaner das halt gelöst. Aber einfach nur kurz als Exkurs, was zur Hölle bitte ist denn ein Tunnelknall? Darum hier einmal ganz kurz aus der Wikipedia. Bei hohen Geschwindigkeiten treiben Züge Druckwellen mit Schallgeschwindigkeit vor sich her, die sich im Verlauf des Tunnels immer weiter aufsteilen. Im hinteren Teil der Welle entsteht ein höherer Druck und damit eine etwas höhere Temperatur und eine etwas größere Geschwindigkeit als im vorderen Teil. Der Druckgradient wird dadurch immer größer. Und mit dem Übergang vom beschränkten Querschnitt des Tunnels in den unbeschränkten Querschnitt im Freien entladen sich diese Druckwellen schlagartig und erzeugen einen Knall. Und der Tunnelknall wurde auch erstmals 1975 in Japan mit dem Schinkansen beobachtet. In Deutschland trat das Phänomen erstmals 2005 bei ICE-Testfahrten durch Tunnel und zwar insbesondere die Tunnel Eierler Hüll und euer Wagen auf. Wo wir uns jetzt schon wieder fragen, wenn wir diese Tatsache haben, dass das der Menschheit schon bekannt war, warum haben wir das mit dem Tunnelknall nicht vorher adressiert? Also ich kann dir diese Frage nicht beantworten, da müsste man jetzt wahrscheinlich einen Eisenbahn-Ingenieur nachfragen. Vielleicht hätte er auch eine Erklärung dafür, ob es eine gute wäre, weiß ich nicht. Also die Nase, die das Modell E5 hat, soll halt ganz besonders gut gegen diesen Tunnelknall sein und damit die Fahrt sowohl für den Fahrgast als auch für die in der Nähe der Tunnel wohnenden Leute deutlich angenehmer machen. Der E5 wird zum H5 weiterentwickelt, um als Hokkaido Schinkansen die Hauptinsel Honshu mit der im Norden liegenden Insel Hokkaido zu verbinden und das passiert 2016. Und dabei passiert der Hokkaido Schinkansen auch auf jeder Fahrt den Saikan-Tunnel. Der liegt zwischen den beiden Inseln und neben den ganzen Superlativen dieses Netzwerks ist dieser Tunnel mit 54 Kilometern Länge der viertlängste Eisenbahntunnel der Welt und der zweitlängste Unterseetunnel der Welt. Davor bei den Unterseetunneln liegt nur noch der Eurotunnel. Heute umfasst das Schinkansen-Netzwerk fast 3000 Kilometer Gleis und es wird halt weiter gebaut. Und jetzt sollten wir auch mal auf den Punkt kommen, durch den dieses Zugnetz auch so extrem berühmt geworden ist und das dem geneigten deutschen Bahnfahrer eher wie ein schöner Traum vorkommt. In Deutschland gilt ein Zug, sofern er weniger als sechs Minuten Verspätung hat als pünktlich. Wenn ein Schinkansen sechs Minuten zu spät kommt, dann muss es dafür schon verdammt starkes Erdbeben oder den vorhin angesprochenen Godzilla-Angriff gegeben haben oder der Zug ist halt einfach aus dem Raum Zeitkontinuum gefallen, weil ansonsten passiert das einfach nicht. Ich habe im Netz Beispiele gefunden, bei denen sich japanische Bahngesellschaften öffentlich auf der Startseite ihrer Webpage bei ihren Kunden entschuldigen, weil ein Zug, und das jetzt wirklich bitte genießen, 20 Sekunden zu früh abgefahren ist und dadurch die zeitliche Präzision der Ansage, wann der Zug fährt, nicht zur Abfahrt des Zuges gepasst hat und dass sich selbstverständlich diese Gesellschaft in aller Form bei allen ihren Kunden für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt. Richtig. 20 Sekunden zu früh. Genau. 15 Sekunden ist die Toleranz in beide Richtungen. Ja, meine 15 Sekunden, also das gilt nicht mehr als pünktlich, wenn er 15 Sekunden, mehr als 15 Sekunden zu früh oder zu spät ankommt oder abfährt. Ich sage noch mal, der geneigte deutsche Bahnfahrer kennt eine Sekunde nicht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es auch an deutschen Bahnhöfen, so was wie, ja, du hast einen Sekundenzeiger, aber guck dir selbst die Uhren da mal an, da glaubst du doch, da glaubt man doch dem Sekundenzeiger Der geneigte deutsche Bahnfahrer freut sich, wenn ein Zug kommt und auch irgendwo ankommt. Das stimmt, vor allem der geneigte deutsche Bahnfahrer freut sich, wenn er an dem Bahnhof ankommt, wo er ankommen wollte. Ja. Das ist schon so. Und es muss vermutlich dabei auch, um wieder zu Japan zurückzukommen, nicht erwähnt werden, dass es unter den Lokführern ein Privileg ist und eine Ehre, wenn man einen Schinkansen fährt. Das ist die Formel 1 unter den Lokführern. Das sind die richtig geilen Typen, die halt das modernste, schnellste und coolste Equipment fahren können und dürfen und dementsprechend legen die sich auch ins Zeug, weil die wollen morgen den Zug auch noch fahren. 100%ig. Und die haben auch einfach einen Arbeitsethos und auch einen Ablauf, der einmalig ist von allen Zugdingen in der Welt. Ich weiß nicht, ob du darauf hinkommst, wie deren Art und Weise ist, wie sie diesen Zug bedienen. Was genau meinst du? Meinst du jetzt die Kommandozentrale? Nein, die Tatsache wirklich der Ausführung des Lokführers im Zug, was der Lokführer die ganze Zeit macht. Nee, da komme ich tatsächlich nicht mehr drauf. Ja, dann kann ich das einfach kurz eben mal erklären. Erzähl es mal, das ist gut. Es ist einfach das Ding, erst mal jeder, der am oder im Schinkansen arbeitet, trägt weiße Handschuhe. Ja, das ist tatsächlich ein Ding. Das heißt, es gibt keine abgegrabbelten Flächen in diesem Zug, der sieht immer aus wie neu. Der ist niemals angefasst worden. So, und es gibt eine Regel im Schinkansen-Verkehr. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn du etwas abliest, und das machst du ständig, du hast einen gewissen Tonus von, ich glaube, wie auch 15 Sekunden, wo du einmal die Geschwindigkeit checken musst, deine Instrumente checken musst, gerade ausgucken musst, gucken musst, ob ein Signal kommt. Um das noch mal mehr zu verinnerlichen, dass du nichts vergisst in dem Ablauf, zeigt der Lokführer auf das Instrument, auf das er guckt. Er ist dabei aber alleine. Es gibt auch keine Kamera, die ihn überwacht. Ja, das ist etwas, das Standard ist, es ist Pflicht. Er zeigt vorne in seinem Cockpit auf die Geschwindigkeitsanzeige. Dann zeigt er in seinem Cockpit auf die Anzeige, die guckt, dass das halt grün ist auf der Strecke. Er zeigt auf jedes Signal. Das heißt, er sieht ein Signal kommen und zeigt auf das Signal, um sich selber zu vergewissern, ich habe das Signal beachtet. Und dieser Arbeitsablauf geht sogar darüber hinaus, es ist nicht nur der Lokführer, der das tut und das die ganze Zeit tut. Es ist auch der Bahnhofsmitarbeiter für die Abfahrt des Zuges. Das ist auch etwas, das gibt es nur beim Shinkansen. Du hast jeweils eine Station, die sieht aus wie in einem Freizeitpark. Wenn man bei einer Achterbahn ist, da hast du ja so einen Typen, der steht an so einem Pult, da sind so ein paar Leuchter drauf, ein paar Taster. Der ist derjenige, der verantwortlich ist, zwei Tasten zu drücken, wenn der Zug losfährt, weil er sicher gestaltet hat, dass alles ideal ist. Dieser Mensch, den hast du in jedem Bahnsteig, wo ein Shinkansen kommt und geht. Denn das ist derjenige, der überwacht, dass der Zug passgerecht reingeht, dass alle, die Leute in den Zug stopfen oder dafür sorgen, dass Leute in den Zug gehen, rechtzeitig damit fertig sind und dass der Zug auch rechtzeitig wieder rausfährt. Und dieser Mensch macht dasselbe. Sein kompletter Ablauf ist davon bestimmt, was er wann macht und er macht das jeweils, indem er mit ausgestreckten Fingern, mit seinem weißen Handschuh, auf das zeigt, was er gerade macht, um den Ablauf zu machen. Und das machen die jeden Tag. Aber es ist ein Konzept, das scheinbar in einem solchen standardisierten Transportmittel offensichtlich hervorragend funktioniert. Es kommt noch was dazu. Wie lange glaubst du, ist die Schicht eines Shinkansen-Lokführers? Das weiß ich tatsächlich nicht. Drei bis vier Stunden. Ah. Das kommt auch noch dazu. Es ist einfach die Tatsache, ein Shinkansen-Lokführer arbeitet weniger, hat aber gerade dadurch, dass er weniger Stunden machen muss in seinem Arbeitstag, noch mehr den Anspruch daran, alles jeweils exakt in der Millisekunde zu machen, wo dieses ganze geölte Riesenmaschinenmonstrum das machen muss, damit alles ideal läuft. Jeder, der in diesem System arbeitet, ist so glücklich, dass er in diesem System arbeitet, dass er alles dafür tun möchte, das perfekte Rädchen, um System zu sein. Das kann man sich nicht vorstellen, gerade in Kombination mit Eisenbahn. Ja, aber beim Schinkansen funktioniert es halt. Und auch was die Zugführer zum Beispiel einfach auch noch an Unterstützung dabei haben, wie die Tatsache, dass ein Schinkansen-Lokführer, wenn er seine Strecke mit 300 kmh entlang fährt, der alle paar Sekunden sehen kann, ob der Streckenabschnitt, den er jetzt gerade passiert hat, ob er da eine halbe Sekunde zu früh oder eine halbe Sekunde zu spät war. Und wenn das beim nächsten Streckenabschnitt eine Sekunde zu früh oder eine Sekunde zu spät ist, dann wird erwartet, dass er das anpasst. Weil die Erwartung grundsätzlich ist, der Zug fährt sekundengenommen. Genau, das ist wieder der Grund von, du hast diese Abfrage von, ich schaue auf den Geschwindigkeitsregler, ich schaue auf die Geschwindigkeit oder die Strecke, den Punkt, den ich haben muss. Ich glaube, der einzige Berufsstand auf der Welt, der dasselbe tut, ist der Formel-1-Fahrer. Da haben wir ihn wieder. Der kriegt nämlich auch gesagt, fahr in der nächsten Runde eine 1,27,3,5. Ja. Und so macht es der Schinkansen-Fahrer. Natürlich haben die Zugführer unheimlich viel technische Unterstützung, weil es gibt einfach eine Schinkansen-Zentrale. Wenn man davon Aufnahmen sieht, dann geht man erstmal davon aus, dass das die Leute sind, die für die japanische Luftfahrtagentur haben. Ja, klar. Ja, also das sieht wirklich genauso aus wie Mission Control. Und das ist wirklich Wahnsinn, weil es gibt halt eine Menge Weichen auch jetzt inzwischen auf dem Schinkansen-Netzwerk, weil es inzwischen auch sogenannte Mini-Schinkansen gibt, wo alte Strecken tatsächlich umgespurt wurden und mit an das Netz angeschlossen wurden. In diesem Kontrollzentrum läuft natürlich alles elektronisch und wird vorberechnet. Und das, was trotzdem immer jemand tut, ist, da sitzt jeden Tag ein Mensch vor einem riesengroßen Flipchart. Und da zieht der per Hand die Verbindung, an welches Gleis umgestellt wird, falls die Computer mal ausfallen. Weil, nur weil die Computer ausfallen, soll doch kein Zug unpünktlich sein. Und auch Signale, die du eben angesprochen hast, auch da gab es halt schon ganz, ganz früh Systeme im Schinkansen, weil fährst du 220, ist das halt manchmal vielleicht schon echt schwierig, das Signal zu sehen. Das heißt, natürlich gab es auch da dann schon die Übertragung, wo im Endeffekt du im Zug dein Signal sehen konntest und nicht auf der Strecke, weil gerade wenn du dann jetzt an heute denkst, mit über 300, da wird das irgendwann echt schwierig. Also ist schon, so eine Fahrt ist was, das ist ruhig, weil die ein tolles Schienennetz haben, das ist schnell, aber das ist noch was anderes. Nämlich verdammt sicher. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie oft es bisher vorgekommen ist, dass ein Schinkansen entgleist ist? Und kannst du dir vorstellen, wie viele Personenschäden es dabei bisher gab? Ich bin mir nicht sicher, weil du ja die ganzen kleineren Strecken jetzt auch mit drin hast. Von den Hauptstrecken ist meines Erachtens noch kein Schinkansen entgleist. Oder war das bei dem großen Erdbeben, dass dort einst einer rausgesprungen ist? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also in Summe, das was ich gefunden habe, in Summe waren es vier Entgleisungen. Einer passiert auf einer Betriebsfahrt im Jahr 1973. Der Zugführer war mit knapp 25 kmh unterwegs und er erkannte zu spät, dass es einen Halteauftrag an ihn gab. Und dadurch, dass er das zu spät erkannt hat, hat er auf einer Weiche angehalten. Die war auf die Hauptstrecke eingestellt und er sollte dann zurücksetzen. Und das ist das, was nicht funktioniert hat. Doof gelaufen, aber halt eine ultra langsame Betriebsfahrt ohne Passagiere. Drei weitere Entgleisungen gab es noch. Und zwar in den Jahren 2004, 2011 und 2022. Die waren allesamt auf starke Erdbeben zurückzuführen. Und seit 1998 hat das Shinkansen-Netzwerk neben der Kopplung generell mit dem japanischen Frühwarnsystem auch eigene seismografische Sensoren, die die Strecke kontrollieren. In allen drei Fällen gab es keine Personenschäden. Pünktlich, schnell, sicher, modern. Es fallen einem wirklich tierisch viele Worte ein, um den Shinkansen oder eigentlich alles, was sich hinter dem Wort versteckt, zu beschreiben. Und tatsächlich hat mir die Vorbereitung auf diese Folge total Bock auf Bahnfahren gemacht, aber irgendwie nicht hier. Also tatsächlich, sollte es mich jemals irgendwann nach Japan bringen, werde ich auf jeden Fall in diesem Zug fahren, einfach nur, um in diesem Zug zu fahren. Das muss dann wahrscheinlich einfach sein. Es gehört dazu. 100 Prozent. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist auch bei mir ein Kindheitstraum, Shinkansen zu fahren. Wirklich, das ist so, das ist etwas, das bei mir auf derselben Liste steht wie ins All. Ja. Bei den Entgleisungen ist es übrigens auch sehr, sehr spannend. die sind alle aufgrund von Erdbeben passiert. Aber das Erdbeben-Frühwarnsystem, das hat auch total gut funktioniert und ich habe in einer Dokumentation eine Erdbebensimulation mit einem Zug gesehen, mit einem stehenden Zug und ja, ist das Erdbeben stark genug, springt dir der Zug aus den Gleisen auch und es kommt dabei keiner zu Schaden, der Zug fällt nicht um, aber der steht halt einfach nicht mehr auf dem Gleis, also ist der de facto Entgleis. Richtig. Und selbst dem wirken die Japaner entgegen, weil sie festgestellt haben, naja, du hast diese Schienen, darauf läuft die Rolle und in der Mitte, innen drin, hast du ja nochmal zusätzliche Verlängerungen an den Rädern, damit du nicht nach rechts oder links rauslaufen kannst. Genau. Und das, was sie einfach festgestellt haben, ist, den Entgleisungen im Stehen kannst du total gut entgegenwirken, wenn du einfach auf die andere Seite noch ein Stück Metall packst. Und damit werden jetzt diverse Schinkansenstrecken nachgerüstet, weil selbst wenn dann ein Erdbeben kommt und der Zug einfach stehen bleibt, dann kann er danach auch einfach weiterfahren. Das ist ja auch schöner, als wenn man dann erst mit dem Kran dahin gehen muss, weil das ja auch für die Fahrgäste ganz unangenehm ist. Richtig, außerdem, das hält ja auch wieder viel zu lange auf. Ja, also vollkommen. Einerseits werden die Fahrgäste aufgehalten, aber sowas ist ein echtes Problem, weil die Frequenzen der Züge sind so unglaublich hoch, weil es gibt halt in Tokio auf dieser Tokaido-Schinkansen-Linie zu den Hauptverkehrszeiten kommen die Schinkansen in 400 Metern Länge im Drei-Minuten-Takt an und fahren im Drei-Minuten-Takt da auch wieder raus. Auch das, diese unheimlich hohe Frequenz, die sie dabei erreichen wollen und müssen, um die Leute zu transportieren, machen es einfach notwendig, dass dieses gesamte System absolut perfekt aufeinander abgestimmt ist. wenn du im Drei-Minuten-Takt Züge abfertigen willst und dazu muss man auch nochmal sagen, in Tokio nach Süden und nach Norden, da sind nicht 20 Normalspurgleise, die aus der Stadt führen, sondern da sind zwei oder vier. Das heißt, das muss sauber funktionieren, sonst machst du wirklich das Netz irgendwann kaputt. Aber ich mache an dieser Stelle jetzt glaube ich einfach mal fast den Sack zu, weil ich glaube, sonst fange ich jetzt einfach irgendwann einfach nur an zu schwärmen. Dann würde ich sagen, dann möchte ich noch so ein paar Sachen hinzufügen. Okay, eins habe ich aber noch, den Blick in die Zukunft, den überlässt du mir. Ja, vielleicht kann ich da noch einiges hinzufügen, wobei ich sagen muss, vielleicht sollten wir den machen, nachdem du so ein paar Geschwindigkeiten noch eben von mir um die Ohren geballert kriegst. Ja, weil da macht es noch viel mehr Spaß, den Blick in die Zukunft zu fahren und wie nah der Blick in die Zukunft eigentlich ist. Oh ja. Also zunächst mal, du hast ja schon gesagt, dass die Züge über 300 fahren und das ist etwas, das macht unser ICE auch. Der ICE 3 hat eine Höchstgeschwindigkeit von 330 kmh angegeben. So, damit ist der ICE schneller als der schnellste Shinkansen. Der Unterschied ist, der schnellste Shinkansen fährt die Geschwindigkeit, die er fahren kann, wohingegen der ICE im Durchschnitt so, wenn alles gut läuft, mal so 250 schafft, obwohl er 330 fahren kann. Und das Problem in Deutschland ist so gravierend, dass der neue ICE, der jetzt gerade kommt, die nächste Generation ICE, das erste Mal ist, dass eine Schnellzuggeneration langsamer ist und zwar massiv langsamer als ihr Vorgänger. Der nächste deutsche ICE fährt 265. weil du es eh nicht benutzen kannst. Genau, weil wir festgestellt haben, wir kriegen das nicht hin. Irgendwo, auch nur sinnvoll, eine so lange Hochgeschwindigkeitsstrecke am Stück zu bauen, dass es sinnvoll ist, einen Zug zu haben, der über 300 fährt und dass man eigentlich viel effizienter sein kann, wenn man einen Zug fährt, der dafür ausgelegt ist, 265 zu fahren. Verrückte Sache, dass wenn man etwas hat, was für X ausgelegt ist, dass das gut funktioniert, wenn man damit auch X macht. Das ist verrückt. Richtig. Und jetzt, bevor du in die Zukunft gehst und auf den Shui Shinkansen kommst, möchte ich dir eben noch so mitgeben, du hast vorhin schon mal TGW gesagt. TGW ist ja nun mal das französische Modell des Schnellzuges und die Franzosen sind etwas schlauer gewesen, was auch damit zu tun hat, dass sie so unglaublich zentralisiert immer alles auf Paris denken. Du hast ja wirklich eine Menge von Dingen, die sternförmig nach Paris laufen. Paris ist wirklich die Mitte der Nabel dieses Landes im Endeffekt in allem und alles läuft nach Paris. Und dementsprechend haben sie auch einfach Schnellzugstrecken im Endeffekt mit einem Bleistift und einem Lineal gezogen und sie so gut wie möglich lang und gerade gebaut und vor allen Dingen auch exklusiv für den TGW. Und das ist ein anderes Problem, das wir in Deutschland haben. Wir haben so wenige Strecken, die nur vom ICE befahren werden dürfen, dass du immer das Problem hast, dass irgendwo der bummelige Güterzug 347 dieses Stück Strecke gerade besetzt hat, wodurch der ICE entweder irgendwo mal anhalten muss oder plötzlich nur noch 180 fahren darf. Und das ist eins der großen Probleme, die wir haben, dass unser Schienennetz alles gleichzeitig macht. Aber nichtsdestotrotz, auch die Franzosen sind ja bereits dabei, ihren nächsten Schnellzug, den AGW, zu bauen und zu testen. Und der AGW fährt schon im Test, der wird auch in Kürze eingesetzt werden, aber er ist gerade mal 40 kmh schneller als der TGW. Sie haben da 25 Jahre für gebraucht, um jetzt auf 360 kmh zu kommen. Ja, der wird funktionieren und ja, es ist ein konventioneller Zug, er ist sauschnell und das wird auch in Europa der schnellste Zug sein, wobei da wiederum die Spanier ganz, ganz nah hintendran sind aktuell, denn auch die können das mit der Höchstgeschwindigkeit, denn die haben halt den AWE, ich weiß nicht, wie das V in Spanisch ausgesprochen wird, wahrscheinlich ABE, der halt auch wiederum schneller ist als unsere Züge schon aktuell, der auch über 300 im Regelbetrieb fahren kann, aber auch Spanien hat das große Glück in dem Falle, dass sie sehr viel ungebautes Hinterland haben, wo du auch mal ohne großes Problem hingehen kannst und sagen kannst, ich baue jetzt hier mal gerade aus einer Strecke. In Deutschland ist es ja inzwischen so, du steckst einen spartenden Boden und du hast eine Bürgerinitiative hinter dir stehen und von daher, ja, es sind so alle möglichen Probleme, aber das wollte ich so mal eben kurz mitgeben, bevor du jetzt darauf hinkommst, was wir, und das ist auch wieder dieses Verrückte, weil wir ja diese Tatsache haben von, bei uns redet man über schnellere Züge und baut langsamere, in Frankreich redest du über schnellere Züge und weiß, die kommen in den nächsten 5, 6 Jahren und wir haben da jetzt 10 Jahre drauf hingearbeitet, ich bin mir in Japan sicher, dass diese Züge kommen werden, wann sie gesagt haben, dass sie kommen werden, ja, zumindest mit der, mit der Tatsache von dem, was sie jetzt zuletzt angesagt haben, wo sie den Punkt gemacht haben, schon mal 14 Züge zu ordern, das ist so unglaublich irre und jetzt übergebe ich wieder, weil der Shushinkansen ist eins der Projekte, die für mich aktuell am allerspannendsten sind, wenn es um was Bodengebundenes geht. Auf jeden Fall, ja, und ich will gar nicht über den Shushinkansen sprechen, sondern, weil der Shushinkansen, das ist ja die Strecke, ich will über den, über die neue Baureihe 0 sprechen, weil mit der Baureihe 0 hat ja 1964 alles angefangen und dementsprechend gibt es eine neue Baureihe 0. Aber die L0. Exakt, L0. Ja, diese neue Ära, die wird mit dem L beschrieben, denn das steht für Linearmotor. Wir haben hier also Japans neue Magnetschwebetechnologie. Der Zug, der seit 2015 wirklich getestet wird, wo auch Leute schon mitgefahren sind, also du kannst bei YouTube Videos sehen von Leuten, die mit diesem Zug gefahren sind, natürlich nicht die volle Strecke, aber sie sind das Ding gefahren und über ihre Erfahrungen berichtet haben. mit Personen innen drin ist dieser Zug mit einer Geschwindigkeit von etwas über 500 kmh unterwegs gewesen. Total verrückt, weil erstmal der Zug startet auf Gummirollen, um Geschwindigkeit zu erreichen und fängt dann an zu schweben, um zur Endgeschwindigkeit zu kommen und zum Abbremsen hast du halt wieder diese Gummirollen. der absolute Geschwindigkeitsrekord, den sie geschafft haben, unbemannt, weil man auch direkt sagen muss, es gibt keinen Zugführer. Der Zugführer sitzt in dem Büro an dem Monitor. Und das Schnellste, was sie erreicht haben, waren 603 kmh. Ja, und das haben sie am 21. April 2015 erreicht. Das finde ich auch echt relevant, weil das ist schon wieder so lange her. Und ich finde das einfach irre, diese Geschwindigkeit von 603 kmh, weil man muss überlegen, klar, du hast nicht mehr die Reibung der Räder. Das ist überhaupt der Grund, warum du so eine Geschwindigkeit erreichen kannst. Aber gleichzeitig wird natürlich der Luftwiderstand mit jedem kmh, das du schneller fährst, größer. Und ich finde diese Leistung, die dort gebracht worden ist, unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Und dieser Zug sieht auch zehnmal so Hightech aus wie jeder andere Shinkansen. Der sieht einfach aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Dieser Zug soll wieder die erste Shinkansen-Linie unterstützen und wieder entlasten. Es soll also eine weitere Verbindung zwischen Tokio und Osaka geben, wobei die Strecke nicht wie die Tokaido-Strecke an der Ostküste von Honshu verlaufen soll, sondern in geraderer Linie durch das Landesinnere. Und ein nicht unwesentlicher Teil dieser Strecke soll unterirdisch beziehungsweise in Tunneln laufen. Also der Zug inklusive Passagieren, so ist es jetzt geplant, soll mit 505 kmh fahren und die Fahrzeit zwischen Tokio und Osaka nochmal halbieren. Und spätestens jetzt bist du dann auf jeden Fall an dem Punkt, an dem einfach jedes Flugzeug dagegen komplett abscheißen kann. weil 500 kmh auch für ein Flugzeug schon eine ordentliche Geschwindigkeit sind. Ja, halb. Ich sag mal, diese kleinen Flugzeuge, die in Deutschland solche Verbindungen machen, die fliegen 800, 750, das ist schon echt ordentlich. Schon richtig, richtig ordentlich. Und nochmal, wie ich es vorhin auch gesagt habe, du gehst zum Schalter, du kaufst ein Ticket, du steigst in den Zug und zweieinhalb Stunden später steigst du in der 515 Kilometer entfernten Stadt wieder aus. Das ist einfach absoluter Wahnsinn, wenn man sich überlegt, es ist kein Flieger, es ist ein Zug. Ja, und das Ding ist, nochmal, einfach diese Sache, es klingt wie Science Fiction, es sieht aus wie Science Fiction, es hat alle Merkmale von Science Fiction, bis auf die Tatsache, dass wenn ich jetzt mal so aufs Datum gucke, wir am Ende des Jahres 2023 sind, die erste Strecke fertig gebaut ist, die von Tokio nach Nagoya geht, das ist die erste, die in Betrieb geht und die geht 2025 in Betrieb. Das sind jetzt halt, selbst wenn wir sagen bis zum Ende des Jahres, in zwei Jahren fährt dieser Zug und ja, es ist nicht der erste Maglev Train, also der erste magnetische Levitationszug, der in Betrieb ist, denn ja, China hat ja damals unseren Transrapid gekauft, betreibt sich aber momentan als Shuttle zwischen der Innenstadt und dem Flughafen. Ja, der kommt halt Auf einer 19 Kilometer langen Strecke, sodass der nicht mal beschleunigen kann. Richtig, es ist eine so geringe Strecke, dass es eigentlich auch nur ein Technikdemonstrator ist und im Grunde, ja, China baut gerade auch längere, eigene, neue MacLev-Strecken, aber das ist die erste richtig große Magnetschwebewarenstrecke der Menschheit und es wird nicht das exklusive super Ding sein, was unglaublich viel Geld kostet, sondern es wird der Ersatz sein für ein bestehendes Schienensystem. Ich gehe davon aus, dass in dem eigentlichen Betrieb sie dahin gehen werden, ich sag mal, in einem gewissen Zeitraum von 10, 20 Jahren, auch diesen Zug, damit halt die alten Züge zu ersetzen. Ich glaube, irgendwann wird der Preis, den du bezahlst für die höhere Geschwindigkeit nicht mehr so gravierend sein. Das glaube ich tatsächlich auch nicht, aber das, also das, was mich dabei wirklich immer noch am allermeisten mitnimmt, ist die Tatsache, dass das, für mich hättest du mir dieses Bild von diesem Zug, ich sag mal, 2000 gezeigt, hätte ich gefragt, wann der Film ins Kino kommt. Ja, und das Schlimme ist, du hättest diese, diese, die Konzepte, wie der Zug aussieht, 2000 schon sehen können und der Zug sieht genau so aus, wie die Konzepte, die sie damals gezeigt haben. Das ist wirklich einfach absolut irre und ich habe da so eine Hochachtung vor, vor japanischer Eisenbahntechnik, weil das ist, das ist im Grunde das Raumfahrtunternehmen unter den Eisenbahngesellschaften. So ist das. Aber bevor wir jetzt sonst vom Höpschen aufs Stöckschen kommen und uns beide noch alles oder auch euch da draußen noch alles erzählen, was uns sonst noch zu dem Zug einfällt, würde ich sagen, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, jetzt mache ich den Sack zu, jetzt steige ich in die Bahn und fahre nach Hause. Ich werde schnell da sein. Das ist richtig, du wirst schnell da sein, weil du nicht die Bahn benutzt, sonst würde das ein bisschen dauern. Stimmt, stimmt. Aber den Sack mache ich trotzdem zu. Das ist in Ordnung, das kannst du machen, du seist entlassen, das ist alles prima und ich verspreche auch, dass ich in der nächsten Woche auch wieder eine Geschichte dabei habe und mir hat es sehr gut gefallen und ich hoffe euch da draußen auch, auch wenn wir jetzt zum Ende sehr ins Fachsinn gekommen sind, aber das passiert mal, wenn wir ein Thema haben, was einfach etwas ist, wo der andere auch irgendwo eine gewisse Leidenschaft für hat und da bekenne ich mich schuldig bei Zügen. So oder so, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Feedback, das ist immer schön und wir freuen uns auch, wenn ihr das Feedback auf unserer Webseite hinterlasst oder zum Beispiel bei Apple Podcasts, da könnt ihr auch gerne Sterne mitvergeben und wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, ist das das Beste, was ihr für uns tun könnt, denn neue Hörer, das ist irgendwie so unsere Nahrung und wenn ihr denkt, dass wir noch mehr Nahrung als mehr Hörer brauchen, könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen, dafür gibt es einen PayPal-Link und eine Kontinummer auf der Webseite, aber so oder so, Freitag sind wir wieder für euch da und verbleiben mit nur noch einem einzigen Wort. Tschüss! Wissensreisende Wissensreisende Wissensreisende